Das geht wohl runter wie Öl. Ich flippe selten aus, wenn die Leute Salsa tanzen. Aber für dich habe ich so viel Respekt und Bewunderung. Dieses Lob bekommt Leichathlet Matthias Mäster von niemand geringerem als Juro Jorge Gonzalez, dem heimlichen Salsa-Gott von Let's Dance. Und wer sonst, wenn nicht er könnte den lateinamerikanischen Hüftschwung besser beurteilen? Denn schrill, laut und voller Energie, mit dieser Performance kann auch Profitrainerin Renata Lusin mehr als zufrieden sein. Wir zeigen das Salsa-Feuerwerk noch einmal im Video. Bis zum nächsten Mal.